Als erstes wieder hier unten schneller drehen an dem runden Ding bei YouTube, weil ich ja so langsam rede. Ja, die Tagesthemen heute sagen es noch mal ganz deutlich, sozusagen, ohne dass jetzt... Ja, wir haben jetzt unten in der Infobox, zumindest wenn Sie diese Sendung auf dem Sender News und Talks schauen, dann sehen Sie unten in der Infobox als erstes die beiden Links von den beiden ersten Parteiprogramm-Vorverhandlungen mit dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020. Und nur wenn das jetzt innerhalb der Partei und dann möglichst auch außerhalb der Partei möglichst viele prominente Helfer und Unterstützer findet, also sozusagen dann sind 20 Prozent bei der Bundestagswahl möglich. Wenn natürlich die Leute sozusagen so viele verwirrte Geister, es gibt, dass da jeder so ein irgendwie Art sektenartiges, verwirrtes, ja, privates Süppchen kochen möchte, dann wird es natürlich nichts geben, denn sozusagen dann ist nur gemeinsam wäre man stark. Also deswegen meine Bitte, Prof. Sucharit-Bagdi, Dr. Med. Wolfgang Wudag, Dr. Med. Klaus Köhnlein, Prof. Stefan Homburg, bitte helfen Sie mit, mit Ihrer Prominenz. Ihre Prominenz ist Wahlstimmen wert, sozusagen. Helfen Sie, wir 2020 Bodo Schiffmann, ja, und bitte lieber Bodo Schiffmann, lassen Sie sich reaktivieren als Bundesvorsitzender, als Spitzenkandidat der Partei. Sie müssen ja gar nicht Bundesvorsitzender sein. Ich glaube, es geht auch so, dass Sie Spitzenkandidat sind. Und sozusagen, denn ohne Prominenz wird es nicht möglich sein, in Deutschland etwas zu verändern. Die 56 Prozent, die die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, in einer simulierten Bundestagswahl, geleitet von einem Partnerinstitut, des zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts, erzielt haben. Diese 56 Prozent wird man nur wenigstens in Teilen, wie zum Beispiel 20 Prozent, realisieren können, wenn alle Prominenten des Internetfernsehens jetzt mithelfen. Also nicht nur alle, alle nachdenklichen Ärzte, Psychologen und so weiter, die bei Corona sozusagen nachdenklich waren, wenn die nicht alle mitziehen, ja, dann wird es das nichts. Dann kriegen wir in drei Jahren die Elefantenkrippe und dann die Giraffenkrippe und was auch immer. Und dann müssen auch alle diese prominenten Sender hier, die müssen alle mitziehen, ja. Wenn die nicht alle mitziehen, wird es nicht ausreichen, ja. Denn wir müssen, sie brauchen mindestens, denke ich mal, 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen und dann muss es rüberschwappen in die großen Medien und wenn das nicht geschieht, können sie alles vergessen, ne. Also noch einmal ganz deutlich, bitte jetzt, diese zwei Sendungen, ja, prüfen sie nicht darauf hin, ob sie nicht irgendwo ein Haar in der Suppe finden, wo sie vielleicht nicht ganz begeistert von sind, sondern sehen sie einfach, aha, da ist etwas, was die Bürger gut finden werden, dass der Arzt, jeder im Gesundheitswesen zukünftig belohnt wird, je mehr er Gesundheit bewiesenermaßen gefördert hat und Krankheit bewiesenermaßen verhindert. Und im System Innere Sicherheit wird jeder belohnt, der bewiesenermaßen Verbrechen unwahrscheinlicher gemacht hat. Und im Bildungssystem wird jeder Lehrer belohnt, der die Kinder wirklich bewiesenermaßen bestmöglich gefördert hat und so weiter, ja. In jedem Bereich der Gesellschaft wird das belohnt, was wir Bürger uns eigentlich von dem System gewünscht haben, aber bisher nie bekommen haben, weil wir eigentlich nie belohnt haben, ja. Also jeder Rechtsanwalt soll belohnt werden dafür, dass er uns hilft, uns zu schützen vor juristischen Querelen und Streitigkeiten, indem er schon im Vorfeld für Rechtssicherheit sorgt und so weiter. Ja, und alle Bereiche der Gesellschaft werden quasi durchleuchtet mit der Formel, vorteilbringende Irritümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und sozusagen, und der Lebensmittelhändler, unser Lebensmittelhändler wird endlich, endlich dafür belohnt, wenn er uns bewiesenermaßen unsere gesundheitfördernde Nahrung geliefert hat sozusagen, ja. Also all das, was wir uns eigentlich wünschten von der Gesellschaft, dass man uns Gutes tut, dass man uns dient, dass jede Firma unserem Lebensglück, unserer Lebensqualität und Lebensfreude dient. Das wird realisiert durch die Kooperation aus Wir 2020 und dem Inspirationsgebern für ein definitives Partei- oder letztendliches Parteiprogramm für Wir 2020. Durch diese Kooperation wird das ermöglicht, dass unsere Gesellschaft, dass jeder in der Gesellschaft zu unserem Diener, unseres Glückes, unserer Gesundheit und unserer Langlebigkeit und unseres Wirtschaftswunders wird sozusagen werden muss. Sonst kriegt er keine Verdienstzuschläge, keine Belohnungen, keine positiven Anreize sozusagen, erhält er nicht sozusagen, ja. Und ja, um das nochmal kurz deutlich zu machen, nur am Beispiel des Glückes, ja. Und zwar mal ganz offen und neutral, ja. Ja, also Next Scientist for Future gehören zum Weltrat, ne, World's Council. Ja, hier, hier haben wir also den ersten Früharzt und Frühhändler und der sozusagen raubt uns überhaupt nicht unser Lebensglück. Ja, gestern war sozusagen ein Spielfilm bei Arte und da wurde gezeigt, wie die lebenslustigen Indianer, die Huronen und die Hurkesen mit ihrem erfüllten Liebesleben und so weiter, die also, die haben wenig freien Markt, also wenig Tauschhandel, wenig freien Markt, wenig freie Arbeitsteilung. Und entsprechend haben deren sozusagen, geistern bei denen sehr wenig vorteilbringende Irrtümer rum. Also es gibt sehr wenig Unterdrückung ihres Liebeslebens, ja. Da wurde ganz offen gezeigt, wie ziemlich natürlich die noch, weil sie eben wenig freien Markt haben, ja. Sozusagen haben sie auch entsprechend wenig vorteilbringende Irrtümer und damit auch wenig glückszerstörende vorteilbringende Irrtümer. Also vorteilbringende Glückszerstörungsirrtümer. Und deswegen haben die da ein ganz munteres Liebesleben gezeigt in dem Spielfilm, ja, und so weiter. Und dann wurde aber gezeigt, dass es eben, dass dann kamen unsere Leute, unsere Leute, die aus also einer Welt mit viel Tauschhandel, viel freiem Markt und freier Arbeitsteilung kommen. Und die waren natürlich, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es ja immer dazu kommen, dass Leute sich auch irren und dann sozusagen glückszerstörende Irrtümer im Kopf haben. Und in dem Fall waren das Personen aus unserer Kultur, die also voll von den im freien Handel entstandenen, vorteilbringenden Glückszerstörungsirrtümern waren oder vorteilbringenden Glückszerstörungsirrtümern waren. Und die voll von Irrtümern waren, die Sexualität und Körperkontakt einschränken, verbieten, unterdrücken wollen und so weiter. Und zum Glück waren die Indianer so klug, dass sie also sozusagen diese Menschen als Dämonen dann angesehen haben oder als besessen von Dämonen, weil sie ja quasi diese vorteilbringenden Irrtümer sind ja Viren des Geistes, sozusagen sind Dämonen, haftig sozusagen und schädlich. Und die haben das erkannt und haben dazu auch geneigt, haben ständig darüber geredet, wie sie diesen Botschafter unserer kranken Kultur sozusagen töten sollten. Ja, und so weiter. Ja, weil sie irgendwo vielleicht nicht genau gewusst haben, aber geahnt haben an seiner Körperfeindlichkeit und Sexualitätsfeindlichkeit, dass er eigentlich schädlich ist für die indianische gesündere Kultur sozusagen. Ja. Und also das heißt, hier haben wir also den Früharzt und Frühhändler oder seine Botschafter sozusagen, seine Marketingspezialisten und so weiter, die voll sind von vorteilbringenden, glückszerstörenden Irrtümern, ja, glücksunterdrückenden Irrtümern, wobei es ganz egal ist, was die unterdrücken. Ja, also Hauptsache sie unterdrücken Lebensglück, ja. Und dann passiert Folgendes in unserem wahnsinnigen bisherigen Wirtschaftssystem, nämlich, dass dieser hier, weil die Leute, ihnen wird Glück weggeredet, sie kriegen Angst vor Glück, ja, allem was glücklich macht, haben sie Angst davor, so wie die Leute jetzt auch alle Angst vor Nähe haben, durch die Angst vor Corona. Also letztendlich wird auch, bei Corona wird auch Lebensglück weggeredet, durch die Ängste, die da weitertransportiert werden und genauso transportiert, der hier dann auch Ängste sozusagen. Und dadurch werden die Menschen konsumsüchtig, denn jetzt fehlt ihnen etwas, es fehlt ihnen Lebensglück. Und jetzt werden sie konsumsüchtig, kaufsüchtig, esssüchtig, drogensüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, medikamentensüchtig, was auch immer süchtig. Computersüchtig, smartphonesüchtig, egal was. Spielsüchtig, egal was. Irgendwie süchtig. Und jetzt kaufen die bei diesem Frühhändler und Früharzt, kaufen die ein, auf Teufel komm raus. Dadurch wird er unheimlich erfolgreich und kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und findet auch zwei geistige Nachfolger noch dazu, drei geistige Urenkel und so weiter. Und seine vorteilbringenden Irrtümer breiten sich aus und er wird der Vorfahre von Trostenwieler und Lauterbach und den großen Supermarktketten und so weiter. Und all diese vorteilbringenden Irrtümer breiten sich weiterhin aus und unser Glück bleibt zerstört zurück. Also wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, wie eine andere Lebensweise, also das ist jetzt ganz wichtig, wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, wie eigentlich eine natürlichere Lebensweise aussehen würde. Wir müssen uns gar kein Beispiel an den Huronen und Irokesen und so weiter nehmen, denn auch die sind schon immerhin zu Gewalt und Krieg aufgehetzt und gehen dann auch gegeneinander vor und sind gegeneinander gewalttätig. Also da stimmt auch was schon nicht. Die haben also auch schon viele vorteilbringende, gewaltverherrlichende Irrtümer in ihrem Kopf. Also wir brauchen uns gar nicht darüber zu spekulieren, wie herrlich unser Leben sein könnte. Diese Beweisführung eben beweist einfach nur, dass wir kein glückliches Leben mehr haben können. Denn da diese Evolutionsmechanismen seit 400.000 Jahren wirken, da Tausch vor 400.000 Jahren erfunden wurde und aller Wahrscheinlichkeit nach bald danach Tauschhandel, freier Markt und freier Arbeitsteilung erfunden wurden, muss zwangsläufig über diesen eben geschilderten Mechanismus unser Lebensglück schon zu großen Prozentsätzen uns geraubt worden sein, egal was das auch immer war, was uns glücklich gemacht hat. Uns fehlt ja jede Erinnerung daran. Wir wissen ja gar nichts mehr darüber, was uns so alles an Glück weggenommen wurde und wegmanipuliert und weggeredet wurde durch vorteilbringende Irrtümer. Wichtig ist nur, dass damit bewiesen ist, dass uns unser Lebensglück zerstört wurde, damit wir konsum- und kaufsüchtig wurden sozusagen. Und das ist damit bewiesen. Und wir können es ja völlig offen lassen, dass wenn wir die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, dass wir dann sozusagen eben nach und nach selber wieder entdecken werden, was glückliches Leben sein wird, vielleicht mit ein paar Anregungen, in welche Richtung dann vielleicht unser Lebensglück zu suchen sein könnte, unser wahres Lebensglück, ja. Aber also, ich fasse nochmal zusammen. Diese Beweisführung beweist, dass der Mensch von heute gar nicht wissen kann, was wirkliches Glück ist und er kann gar nicht wissen, was er alles verloren hat, weil das schon so lange läuft mit der Glücksunterdrückung, dass er das gar nicht mehr weiß. So, und wie wollen wir jetzt diese vorteilbringenden Irrtümer, der erfolgreichen Händler und Ärzte und so weiter, wie wollen wir die jetzt aussterben lassen, durch welche positiven Anreize, Belohnungen, was auch immer das dann sind, ja. Wir müssen quasi unser Wohlfühlen und die Entwicklung unseres Wohlfühlens, unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit und auch der wirtschaftlichen Situation des Landes sozusagen zur Grundlage, zur Belohnungsausschüttung an die Frühhändler und die Frühärzte, also die heutigen Händler und Ärzte machen, damit eben deren Vorteil bisher vorteilbringende Irrtümer sich dann als Nachteilbringende Irrtümer erweisen und tendenziell in ihnen aussterben oder die ganzen Träger der früheren vorteilbringenden Irrtümer werden dann in die Aussterbensposition kommen, während die Wahrheitsträger, die vorher in der eher vom Aussterben bedrohten Situation waren, eben in die vorteilbringende, also quasi in die Situation der erfolgreichen Rücken werden, die sich verbreiten werden und die Nachahmer finden werden und ihre wahrheitsgerechten Ideen werden sich als vorteilbringende Wahrheiten ausbreiten sozusagen. Also, und genau das machen die Reformen und deswegen gibt es nur einen Weg, die Partei Wir 2020 mit allen Kräften zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass alles, was prominent ist im Internet, Fernsehen, damit redet, darüber redet, darüber berichtet, darüber informiert und so weiter. Also helfen Sie mit, nur über die Partei Wir 2020 und suchen Sie nicht in den Krümeln, suchen Sie nicht, wo Sie rummäkeln können an Kleinigkeiten, ja. sozusagen, sondern nur über die Partei Wir 2020. In Kooperation mit Next Scientist for Future vom Weltrat, kann es zu einer drastischen, positiven Änderung Deutschlands kommen, weil nur dann das Weltrettungsgesetz vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, also VIs aussterben lassen durch PIs, Realität wird in jedem noch so kleinen Winkel Deutschlands, ja. Und dann werden wir ein gewaltiges Wirtschaftswunder zusammen mit einem Gesundheitsglückswunder, mit einem Langlebigkeitswunder und einem Wirtschaftswunder bekommen. Wir werden also ein mindestens vierfaches Wunder bekommen, sozusagen, ja. Ja, das ist die Sachlage. Und hier, jetzt gucke ich, stelle ich das mal ein bisschen besser ein. Nein, ja, vielleicht so, nein, das ist die falsche Richtung, was du gerade machst. Na, das bewegt sich aber schlecht heute. Nein, lassen wir es doch mal so, würde ich sagen, ja. Ja, also, und jetzt, wie immer, erst mal die Kurznachrichten. Das bedingungslose Grundeinkommen, das fußt, also gestern in den Parteiverhandlungen, Vorverhandlungen, Parteiprogrammvorverhandlungen Nummer zwei, also wie gesagt, in der Infobox als zweiter Link zu finden. Ach so, erst einmal der Hinweis, in der Playlist vier des Senders News & Talks finden Sie wieder eine hochinteressante Sendung über Schweden, übrigens der Hinweis. Es werden wieder Sendungen versucht zu machen, wo also Schweden jetzt quasi dargestellt wird, dass es jetzt überrollt würde wieder von Corona. Dafür gibt es keinen echten Hinweis. Die realistische Sendung finden Sie wieder in Playlist vier am Ende beim Sender News & Talks, ja. Und achten Sie bei dem Sender nur auf die Playlist, denn da ist das gesamte Fernsehprogramm, Internet-Fernsehprogramm dieses Senders, finden Sie in den fünf Playlists, ja. Englisch und Deutsch. Ja, also noch einmal, beim bedingungslosen Grundeinkommen wurde gestern nicht deutlich in der gestrigen und vorgestrigen Sendung, dass sozusagen es die Sozialsparten sind, alle Sozialberufe, Bereiche, für die ist es ein vorteilbringender Irrtum, zu denken, dass alle Menschen gleich seien, alle Menschen Genies, alle Neugeborenen Genies seien und so weiter. Weil sozusagen dadurch dann kommt es dann, auch durch die Befürwortung des bedingungslosen Grundeinkommens, kommt es dann zu Massen an Kindern im sozial schwachen Bereich und im niedrig qualifizierten Bereich. Und dann haben die so sozusagen, dadurch wird die Kundenmenge drastisch vergrößert für alle Sozialberufler. Die Karrieremöglichkeiten vergrößern sich, die Erfolgsaussichten und Arbeitsmöglichkeiten vergrößern sich. Das ist also eine, das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine riesige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Sozialberufe. Und deswegen muss man also verstehen, dass der vorteilbringende Irrtümer, alle Menschen sind gleich Genies und alle Babys sind Genies und so weiter. Das ist eben der zentrale vorteilbringende Irrtümer, mit dem sozusagen die Sozialberufer die Zahl ihrer Kundschaft sozusagen drastisch erhöhen, sozusagen. Denn das führt dazu, dass im sozial schwachen Bereich Massen an Menschen geboren werden, die dann Kunden aller Sozialsparten sind, sozusagen. Ja, wir als vernünftige Linke, ja, also Wissenschaftler kann man, darf man eigentlich nie einordnen in links und rechts, aber da das die Menschen eh doch immer machen, machen wir es lieber natürlich freiwillig selber. Wir werden ja auch öfters als links beschimpft, ja, aber wir sind eben eher die vernünftige Linke, die evolutionsbiologische, realistische Linke sozusagen, ja. Wir als vernünftige evolutionsbiologische Linke dürfen nicht die Fehler verrückter linkskrimineller Verfassungsfeinde machen, ja. Das ist der Punkt, das heißt, da liegt der Unterschied, ja. Also, es gibt vielleicht dazwischen, zwischen den Verfassungsfeinden und einer vernünftigen Linken, gibt es noch die verträumte Linke, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt gewalttätig und verfassungsfeindlich, aber die sind eben auch sehr unrealistisch, ja. Ja, und während die linkskriminelle verfassungsfeindliche Linke, die wiederholt genau genommen die Fehler, die am Ende bei DDR und Schlimmerem enden werden und deswegen sind die halt auch so extrem gefährlich, ja. Ja, das war das, was in der Sendung ja dann auch neu war, in dem Parteiprogramm Vorbesprechungen. Also, die Gruppe, eine Gruppe, eine funktionierende Kommune, eine bonobo-kommunistische Kommune oder so, braucht die positiven Anreize nicht. Die hat die schon in der bonobo-kommunistischen Lebensweise stecken schon diese positiven Anreize drin, sodass eigentlich es dort auch nicht zur Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern kommt, ja. Aber da wir alle ja nicht in bonobo-kommunistischen Kommunen oder Gruppen leben, brauchen wir eben diese Formel, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, also, und auch dann, wenn Teile der Gesellschaft später in bonobo-kommunistischen Kommunen leben sollten, dann, auch dann brauchen wir immer noch diese Formel, denn solange wir so etwas wie freien, also Markt und, also auf jeden Fall, solange wir irgendwie sowas wie Arbeitsteilung, Tauschhandel beibehalten wollen, brauchen wir auch noch ein bisschen Reststaatlichkeit und zumindest das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, den Bundeswahlleiter, oder auf jeden Fall brauchen wir dann immer noch die Formel, ob wir dann unbedingt Reststaat brauchen, wird sich zeigen, aber wir brauchen auf jeden Fall dann immer noch die Formel, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, ja. Denn Tauschhandel und Arbeitsteilung produzieren das immer wieder, ja. Also in Tauschhandel und Arbeitsteilung stecken immer Fehlanreize drin. Und deswegen müssen wir die immer kontern und aussterben lassen durch positive Anreize. Also immer müssen wir immer auf der Hut sein vor vorteilbringenden Irrtümern, die wir aussterben lassen müssen durch positive Anreize, es sei denn, wir verzichten, würden völlig verzichten auf Arbeitsteilung und Tauschhandel. Und das ist die Frage, ob das dann so sinnvoll ist. Das kann man ja diskutieren. Ja, übrigens kann man beim Bildungssystem und Erziehungssystem bei der Reform, kann man noch ergänzen, ja. Ich verweise, wie gesagt, auf die Sendungen, beiden Sendungen unterhalb oder auf alle Sendungen unterhalb in der Infobox. Zufallsverteilung, vielleicht könnte man auch so etwas machen, dass man eine Zufallsverteilung der Kinder auf die einzelnen Kita-Gruppen macht, sozusagen. Vielleicht könnte man so denken, dass also man vielleicht IQ-Tests mit den Müttern und den Kindern macht und dann ungefähr auf jede Kita-Gruppe einen ungefähr gleichen Intelligenzdurchschnitt, sozusagen, aufteilt, sodass eigentlich jede Kita-Gruppe mit einer gleichen Voraussetzung arbeitet, obwohl das auch nicht unbedingt nötig wäre. Man könnte das ja auch dann sozusagen, die Multivariaten-Statistiker können das auch auswerten, wenn dann die Gruppen unterschiedliche Voraussetzungen haben. Auf jeden Fall kann man irgendwie sozusagen auswerten, welche Kita ist ein Entwicklungsbremser und welche ein Förderer. Und danach werden die sozusagen und die Teamleiterinnen oder Leiter stellen sich jeweils ihr bestmögliches Team zusammen und unterrichten ihr Team und bilden ihr Team weiter. Und dann wird eben, sieht man dann an den Eingangstests für die Grundschule sozusagen, kriegen sie dann die erste Rückmeldung, ob sie welches Team, welche Teamleiterinnen sozusagen mit ihren Teams gute Förderer der Kinder waren und welche eher Bremser waren, sozusagen. Und so kriegen die dann ihre ersten Verdienstzuschläge anhand dieser Eingangstests berechnet, Grundschuleingangstests, sozusagen Schuleingangstests berechnet. Und dann, 20 Jahre später, werden die nachkorrigiert. Das kann dann bedeuten, dass sie eventuell sogar selber Gelder zurückzahlen müssen, die sie dann abstottern können, sozusagen, in monatlichen Raten. Oder sie kriegen noch mehr Geld, weil sich am Ende herausgestellt hat, dass aus den Kindern, die auch sie betreut haben, auch doch noch mehr geworden ist und dass sich ihre Wirkung doch als noch positiver herausgestellt hat. Also, letztendlich, ich denke, das ist jetzt noch mal deutlich geworden, hoffentlich. Also, zusätzliche IQ-Tests könnten eventuell eine fairere Kita-Gruppenzusammenstellung ermöglichen. Und dann könnte man ja auch wieder, sozusagen, nach den Ergebnissen der Grundschuleingangstests, könnte man dann ja auch wieder die, eine faire Gruppen, sozusagen, für die einzelnen Klassenlehrer. Man würde also wieder einen Klassenlehrer haben, der sich vielleicht sein Team aus Fachlehrern zusammenstellt, ja. Oder eine Klassenlehrerin, die sich ihr Team aus ihren Fachlehrerinnen zusammenstellt, sozusagen, für die erste Klasse zum Beispiel. Und dann könnte man es ja von Klasse zu Klasse machen oder von Grundschule gesamt und so weiter, egal, wie man das machen will. Ja, aber auf jeden Fall könnte man ungefähr im Durchschnitt gleiche Gruppen an Kindern herstellen, vom Intelligenzdurchschnitt her oder auch vom Eingangsprüfungseingangstestdurchschnitt, sozusagen. Und das macht dann die Förderungswirkung der Kita-Leiterin und der Grundschullehrer, der Klassenlehrerinnen gut vergleichbar und ihrer Teams und so weiter, ja. Man könnte, ja, man könnte natürlich auch über andere Systeme nachdenken. Man könnte darüber nachdenken, ob man das mit der, ganz anders macht, dass man das allein, sozusagen, ob man allein die Schulleiter in Wettbewerb zueinander stellt und die Schulleiter, die stellen zum Beispiel einfach nur sozusagen ihre Mannschaften, ihre gesamten Lehrermannschaften zusammen und dann werden diese Schulleiter zum Beispiel dann schon, ja, allerdings ist das dann schwierig. Nee, es ist besser, wir spalten das auf, denn wenn wir den ganzen Schulleiter nehmen, ja, wie soll dann ein fairer Eingangstest, zum Beispiel nach der Grundschule, ein Eingangstest für die nächste Stufe sozusagen fair erstellt werden, wenn der gesamte Schulleiter alle Zügel in der Hand hat? Nein, man muss es eben wahrscheinlich dann mindestens den eigenen Stufen oder sogar den ganzen jeweiligen Klassenstufen alleine überlassen, was sie machen und wie sie vorgehen. Ja, also die ersten Klassen werden also besser zusammengestellt nach den Eingangstestergebnissen, vielleicht kombiniert mit den Intelligenztests der Kinder und Mütter, so dass jedes Klassenlehrerteam gleich talentierte Kinder bekommt, zumindestens, dass da keine zu großen Unterschiede sind, sonst könnte man ja darüber nachdenken, dass vielleicht das Vorhandensein zu vieler, wenig talentierter Kinder sozusagen die Möglichkeiten der Lehrer Wirkung zu entfalten vielleicht zu stark behindert hat. Also man kann da so eine gewisse Gleichförmigkeit im Durchschnitt sorgen, das macht es sicherlich dann etwas noch fairer insgesamt. Ja, Tests also bestimmen über, ja, positive Anreize, Verdienstzuschläge der Kita-Teamleiter und über die Zusammenstellung der Klassen. Also wir können die IQ-Tests und die jeweiligen Zwischentests der Kinder, Ergebnisse der Kinder immer nutzen für die sozusagen einerseits bestimmen, die dann schon mal über die vorläufigen positiven Anreize, also Verdienstzuschläge zum Beispiel und der Kita-Teamleiter, die, ja, und sie entscheiden aber auch über die Zusammenstellung der Klassen und der Gruppen und so weiter. Ja, also so viel als Ergänzung zu den Programmverhandlungen. So, und jetzt schaue ich mal, was also uns noch bleibt. Das waren soweit die Kurznachrichten für heute. Und ja, also nochmal, liebe, liebe Herren Bakhtit, Woda, Köhnlein, Homburg und all die anderen, helft jetzt, macht nur noch eins, helft wir 2020 hoffentlich mit. Bodo Schiffmann als Spitzenkandidat, verhilft denen zu 20 Prozent und auch alle diese prominenten Sender. Bitte schlaft nicht weiter. Ihr verschlaft jede Änderungsmöglichkeit und dann besteht das Internetfernsehen. Auch die nächsten vier Jahre nur noch aus Jammern über die Missstände, immer nur Jammern über die Missstände. Ja, und niemals kommt es zu einer Lösung, denn, ja, denn dann verfliegt auch irgendwann die Prominenz und so weiter. Und dann ist alles wieder weg und alles gestorben. Also, ja, bitteschön, wo bist du hier? Tschüssi, bis bald.